Nivata Silence Becomes Sound Der Podcast von Nivata Folge 3 Tanke Frische und Klarheit Kapalabhati Ist dir auch im Yoga-Unterricht zum ersten Mal aufgefallen, auf wie viele unterschiedliche Arten der Atem für dich arbeiten kann? Atem kann energetisieren, wenn du dich schlaff fühlst, beruhigen, wenn du aufgeregt bist oder dich balanciert durch die Aufs und Abs des Tages begleiten. Heute führen wir dich durch die Atmung Kapalabhati. Diese Atmung versorgt dich mit Frische und Klarheit. Durch die rhythmische und muskulär betonte Ausführung wird die gesamte Atemhilfsmuskulatur gestärkt und die Lungen gereinigt, ebenso wie Herz, Leber und Magen massiert. Also auf, auf in den Frühjahrsputz! Zunächst wollen wir erstmal dieses Wort Kapalabhati so ein bisschen beleuchten, bevor wir dann gucken, warum wir diese Atmung überhaupt praktizieren und bevor wir dann auch schauen, wie wir sie vor allem praktizieren. Also das Wort ist kein deutsches Wort, das ist dir sicherlich aufgefallen. Im Yoga haben wir ja viel Sanskrit-Begriffe, die wir dort verwenden und so ist auch Kapalabhati ein Sanskrit-Begriff. Das erste Teil Kapal, der erste Teil des Wortes Kapal, meint Vorderkopf und Bhati, der zweite Teil des Wortes, meint zum Beispiel Licht oder auch Wissen. Und somit ist es nicht so ganz unverständlich, dass es auch oft das Schädelleuchten genannt wird. Und dementsprechend kann man sich schon so ein bisschen vergegenwärtigen, dass mit dieser Art des Atmens Klarheit erzeugt werden soll. Und das ist auch das, was wir tatsächlich erleben können, wenn wir Kapalabhati praktizieren. Hauptsächlich wird Kapalabhati dadurch praktiziert, dass wir die Bauchmuskulatur in Anspruch nehmen. Deswegen empfinden viele Kapalabhati als eine muskulär sehr, sehr anstrengende oder teilweise nicht sehr, sehr, aber anstrengende Form des Atmens. Wenn man sich aber deutlich macht, allein schon durch die Bedeutung dieses Sanskrit-Wortes, dass es hier jetzt nicht darum geht, die Bauchmuskulatur in den Vordergrund zu stellen, sondern dass es darum geht, sich das Ergebnis, nämlich das Gefühl, dass der Schädel leuchtet, dass Klarheit einzieht in den Geist, dass das das Ziel ist, dann praktiziert man auch schon anders. Deswegen lohnt es sich oft, das Sanskrit anzuschauen und zu gucken, was ist denn damit eigentlich gemeint. Denn oft sind die Sanskrit-Wörter sehr, sehr bildliche Wörter oder bildliche Wortzusammensetzungen, die uns helfen, die Wirkung der Asana, der Yoga-Haltung oder hier des Pranayamas besser zu verstehen und dann intuitiv auch anders umzusetzen. Ja, viel müssen wir wahrscheinlich gar nicht dazu sagen, warum man Frische und Klarheit überhaupt tanken sollte. Hauptsächlich finden wir Kapalabhati eine sehr, sehr gut geeignete Atmung für die jetzige Jahreszeit, in der wir uns befinden. Wir sind jetzt gerade auf dem Übergang vom Winter in den Frühling und wenn man so rausguckt aus dem Fenster, dann kriegt man schon so ein bisschen mit, dass sich jetzt alles so wieder neu sortiert. Und dieses Neu-Sortieren können wir über diese Atmung nachempfinden. Es ist so eine Art Frühjahrsputz, den wir mit Kapalabhati ansteuern können. Für Kapalabhati sollte man in der Regel ein bisschen vorher Yoga geübt haben. Warum? Also es geht darum, dass wir, wenn wir die Übung gleich beschreiben, auch beschreiben, dass wir auf eine bestimmte Art und Weise rhythmisch die Bauchmuskulatur betätigen, dabei vor allem sehr, sehr entspannt bleiben. Viele Menschen, die Kapalabhati praktizieren, benutzen viel zu sehr den Brustbereich. Manchmal sieht man das auch dadurch, dass sich die Schultern hoch und runter bewegen. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass der Bauch sich bewegt und wir dabei entspannt bleiben und dann die Wahrnehmung zur Stirn lenken. Wenn man sich jetzt vorstellt, man kommt irgendwie total gestresst und vielleicht auch steif von der sitzenden Arbeit, die man gerade hinter sich hat oder gestresst vom Rumrennen auf die Yogamatte, setzt sich hin und pumpt sich dadurch Kapalabhati, dass wir dann gegebenenfalls die Wirkung verpassen. Oder die Wirkung sogar gegen uns richten können. Und weil wir das nicht wollen, würden wir empfehlen, dass ihr, bevor ihr Kapalabhati macht, entweder ein paar Yoga-Übungen macht, die ihr kennt, oder, das wäre die Alternative und auch ein Rückblick zur Folge 2, dass ihr euch in Shavasana legt. Dass ihr über die Haltung der Endentspannung, die ihr einfach direkt als Entspannung an den Anfang setzt, in eine körperliche Ruhe findet, in eine geistige Ruhe, in eine emotionale Ruhe. Also entweder ein paar Yoga-Übungen, Katze, Kuh etc., Sonnengruß, oder ihr legt euch der Einfachheit halber und auch manchmal der Zeit halber einfach in Shavasana. Was haben wir auf yogischer Ebene von Kapalabhati? Wir haben gerade schon gesagt, es erfrischt sozusagen den Geist, es bringt Klarheit, es vertreibt Müdigkeit und Schwere. Aber was macht es auf der philosophischen Idee des Yoga? Kapalabhati reinigt die zwei Nadis, Ida und Pingala. Das sind die Energiebahnen in unserem Körper, die oft mit den Nasenlöchern in Verbindung gebracht werden, links Ida, rechts Pingala. Und manchmal kommt es da zu Disbalancen in diesen beiden Energieströmen und wir wollen die im Yoga balancieren. Und dadurch, dass wir Kapalabhati praktizieren, reinigen wir diese beiden Nadis. Somit kommen wir über diese Reinigung in eine Form von Balance. Wer unter euch Nadi Shodhana kennt, also die Wechselatmung, wo wir das linke und das rechte Nasenloch abwechselnd benutzen in einem bestimmten Rhythmus, diejenigen können, wenn sie das das nächste Mal praktizieren, vorher einmal Kapalabhati machen und mal gucken, ob sich die Nadi Shodhana-Praxis dadurch verändert. Es kann sein, dass Kapalabhati nicht sofort gelingt, denn wir brauchen zwei Dinge gleichzeitig für Kapalabhati. Wir brauchen einmal die Kenntnis, wie wir unsere Bauchmuskeln aktivieren und auch wieder entspannen. Und wir brauchen vor allen Dingen eine, wie soll ich das sagen, so eine innere Gelassenheit. Also wir können uns da nicht durchpushen. Das bedeutet, seid euch einfach bewusst, wenn das nicht sofort gelingt, dass ihr dann nicht nervös werdet. Es braucht einfach ein bisschen Übung. Normalerweise, wenn wir atmen, betonen wir, wenn wir überhaupt was betonen, eher die Einatmung und lassen die Ausatmung passiv sein. Das wäre so ein bisschen das normale Atemverhalten. In Kapalabhati wird dieses normale Atemverhalten ganz umgedreht. Also das Gegenteil wird quasi gemacht. Wir atmen ganz bewusst und zwar auch mit einem Stoß, also ganz bewusst und stoßweise aus und lassen den Einatmen passiv kommen. Du kannst einfach mal erstmal ganz normal atmen und mal gucken, ob das stimmt, was ich gerade gesagt habe. Wenn du normalerweise atmest, dass du dich dann mehr auf das Einatmen konzentrierst und das Ausatmen geschehen lässt. Probier das mal so ein bisschen, ob das so ist, ob du das so bei dir beobachten kannst. Und wenn das so ist, dann wisse, dass in der Atemübung Kapalabhati dieses natürliche Atemverhalten umgedreht wird. Wir machen die Lungen leerer, als wir sie normalerweise machen. Und wir konzentrieren uns darauf, dass die Lungen leer werden und lassen den Atem durch das Entspannen der Bauchmuskulatur passiv wieder einströmen. Du hast jetzt schon mehrfach gehört, dass wir die Bauchmuskeln benutzen. Da liegt es wahrscheinlich nahe, dass dir bis hierher schon im Grunde klar geworden sein müsste, dass vorher zu essen nicht so eine gute Idee ist. Das heißt, bevor du Kapalabhati praktizierst, solltest du idealerweise einen leeren oder zumindest nicht stark gefüllten Magen haben. Im Yoga gibt es immer so ein bisschen diese Regel, dass man drei, vier Stunden nach dem Essen kein Yoga praktizieren sollte, also bis zu drei, vier Stunden nach dem Essen. Die Praxis hat gezeigt, gerade für die, die auch öfter kleinere Mahlzeiten essen, dass es zumindest zwei Stunden sein sollten. Und aus dem Grund ist es zum Beispiel auch gar nicht so schlecht, wenn man morgens Yoga übt vor dem Frühstück, dann hat sich das sowieso schon geklärt. Vorhin habe ich angedeutet, dass man nach Kapalabhati sehr, sehr gut zum Beispiel mit einer Wechselatmung weitermachen könnte. Was noch eine gute Idee ist, nach Kapalabhati zu tun, ist, dass man einfach noch ein bisschen in Stille sitzt. Wer eine Meditationspraxis hat, kann die dann gut anschließen oder einfach auf die Geräusche hören, die um einen rum sind und noch so ein kleines bisschen sitzen bleiben und die Vorzüge der Stille genießen. Komme jetzt in eine für dich angenehme Sitzhaltung. Schau, dass deine Wirbelsäule aufrecht ist, deine Augen entspannt geschlossen sind und du die Hände in ein Mudra bringst. Vielleicht bringst du Daumen und Zeigefinger zueinander. Die Handflächen zeigen entweder nach unten oder nach oben. Atme hier ein paar Mal ein und aus und beobachte, wie sich die Bauchdecke hebt und senkt, während du atmest. Und dann beobachte, wie sich mit der Einatmung die Bauchdecke wölbt und mit der Ausatmung sich die Bauchdecke Richtung Wirbelsäule zurückentwickelt. Wenn du das anders beobachtest, dann versuche es willentlich so zu erzeugen, dass mit der Einatmung der Bauch sich wölbt, die Lungen sich füllen und mit der Ausatmung die Lungen sich leeren und der Bauch sich zurück Richtung Wirbelsäule bewegt. Beim nächsten Mal bei der Ausatmung unterstützt du dieses Zurückziehen der Bauchdecke, indem du deine Bauchmuskulatur mit hinzuziehst. Und dann lässt du die Bauchmuskulatur los und beobachtest, wie wieder Luft einströmt. Mach das noch ein paar Mal, einfach so im Atembewusstsein, dass du immer die Ausatmung in den Fokus der Aufmerksamkeit rückst und die Bauchmuskeln aktivierst, um auszuatmen. Dann die Bauchmuskeln entspannst und die Einatmung wie von alleine kommen lässt. Einfach dadurch, dass die Bauchmuskulatur sich entspannt. Schau, dass du möglichst wenig Anstrengung hier involvierst, dass du das Ganze sehr, sehr gelassen machst. Noch zwei, dreimal. Und dann bereitest du dich innerlich darauf vor, dass du zehnmal das Gleiche machst wie gerade, nur in einer schnelleren Geschwindigkeit mit einem stoßweise nach draußen transportierten Ausatmen. Atme dazu vorher einmal kräftig, aber gelassen ein und wieder aus. Und dann starte mit einer Einatmung und beginne zehnmal. Danach atmest du wieder weiter im natürlichen Atemrhythmus ein und aus. Und dann praktiziere eine zweite Runde, auch wieder zehn Atemzüge. Atme zunächst einmal voll ein und wieder voll aus. Und dann starte mit Einatmung und Atme weiter ein und tief wieder aus. Und dann mach ganz eigenständig in deinem eigenen Tempo und Atemrhythmus noch eine dritte Runde, auch hier wieder zehnmal. Kehr dann zurück zu deinem natürlichen Atem und bring die Wahrnehmung zur Stirn. Erinnere dich an die Bedeutung von Kapalabhati, das Leuchten hier, die Klarheit hier. Und nimm in der Region um das Augenbrauenzentrum. Vielleicht das Gefühl von Stille, von Ruhe, von Leere wahr. Und dann bleib noch so lange, wie du möchtest, in dieser Position. Silence Becomes Sound, der Podcast von Nivata. Und dann bleib noch so lange, wie du möchtest, in der Region. Ich lasse die Flamme, wenn es rauskommt, ich es wiederum. Ich lasse die Flamme, wenn es rauskommt, ich es wiederum. Ich lasse die Flamme, wenn es rauskommt, ich es wiederum. Vielen Dank.